Böööö! die nehm ich mir nicht an ja der fährt ja sicher aber ich treffe nie jemanden ach du Pisser ich hasse dich ja die sind so kacke die Pinguine seit wann laufen Pinguine in den Kreis weiß ich nicht weil die dumm sind ja merk ich schon siebter bin ich aber früher konnte ich das besser was soll ich denn sagen ich war vorher siebter wir haben diese scheiß Verzögerung drin und dann ist das schon schwerer und der auch noch dazu ja willst du den item holen ja Bowser fahr du durch schweig hey du Pinguine hauer meinum blub 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 scheiße haha übersteuer erstmal äh sorry ah genau verdammt du scheiße ey und feuer wer bist du zum kotzen ne was soll ich denn sagen du bist weiter du scheiße als Maul ah scheiße ja und wenn ihr leute euch jetzt denkt wir beleidigen uns immer durch spaß ja das ist das ist nichts neues wir hasst uns auch beide persönlich ja so richtig ah komm schon du hässiger Pinguin kick mich mal noch weiter zurück ist klar wo ist er wo ist er wo ist er oh da kommt sie sei du froh dass du zwei da noch gewonnen bist weil ja den Bruder haut er nämlich auch weg ich hab extra abgebremst ähm den Britten den knallt er auch nochmal weg ok wusstest du das nicht ne ich dachte immer dass er einfach jeden den eine Linie hat oder so sich mitnimmt ne wenn ich jetzt achter bin den sechsten ne warte mal ach keine ahnung was er jetzt nicht ne ich werde auf jeden fall achter auf jeden fall auf jeden fall immer ein zweiter zwei Abständen haut er die weg ok und wieso halt zum auge ich hab gesagt ich werde auf jeden fall achter hallo du kannst dann auf jeden fall noch ah ne wo nicht mal Bo sein wollen hm ich kann gar keinen einen holen scheiß Pinguine ihr Motherfucker na das sind niedliche Pinguine ja welche Computerscheißer sind das hu 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 so gute Sachen jetzt ne echt ja das ist aber normal ach machten kriegst du immer alles hm hm aber was nicht mehr so viel bringt leider nicht wenn der zu Donkey Kongs höher wäre der wird es noch was bringen alles kriegt den hier nicht mehr heißer ey aber das Level ist noch kleiner bam oh mein Gott oh mein Gott guck mal selbst Donkey Kong kriegt noch einen ja und das Level ist aber auch kleiner deswegen ja ist die Runde auch schneller zähn nicht 3 Minuten kriegen wir eh nix mehr aber jetzt ist noch Spannung drin in Centos jetzt hast du keine Punk gekriegt und ich bin ich jetzt runtergefallen? nein ja gerade eben noch zum Schluss ja hab ich auch runtergefallen mir das ist die Frage ich glaub schon also war es jetzt irgendwie nah nö meiner fährt ja noch also hat er die Kurve noch gekriegt ja gut die cheaten sich immer so noch zurecht ich hab das früher aber immer gemacht ey vier Leute auf dem ersten Platz oder neun Punkte das ist nicht deren Ernstes grad oder? also das hab ich noch nie gehabt ne das hab ich echt noch nie gehabt das kommt da los ach nein das ist Joshi's Piste oder? ne das ist glaub ich für Peach achja Peach Joshi hat ja das Schnee Level ich weiß gar nicht was ich hasse dich Bowser ne? ja dicke Leute vor dir ne? ja aber Top du kannst da eh nix mehr ausweichen und fes direkt rein Tod hat glaub ich kein Level hier oder ist das Tod on Peach Level? ne? 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 geht das schon wieder so scheiße los dit 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 dit? wie du schon wieder machen konntest ja du musst ein bisschen du musst paar Sekunden eher denken als das Spiel ja ja wenn du nen richtigen Moment drückst ja jetzt kann dir alles kaputt hauen ne? oh mein Gott oh man ey oh nein ich muss das Ding treffen ich muss das Ding treffen hier konnte es auch noch jemanden richtig ärgern ja danke die scheiß Gott du 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 hm warte mal fliegt die eigentlich ja jetzt habe ich den Schwung geschafft lol war das nicht ne Abkürzung da? NEIN das war keine Abkürzung das wär ne Abkürzung gewesen ne ohohohohohoho scheiße NEIN NEIN komm schon ja ja man ist das lächerlich bei mir grad was soll ich denn sagen Platz 6 Hachi sicher mein dritter in Folge alter hallo kann ich mal bitte wieder gerade fahren ne ne den kannst du nicht ne den kannst du nicht hohohoho 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 ne der haut die wahrscheinlich weg und ich sehen kann wie man nicht im blick hat oh guck mal nächste na du jetzt toll toll Mann 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 mein Gott du ziehst aber durch halt ich hasse dieses Spiel ne ja wieso hallo zum kotzen hallo hä ah warst du denn nach mir können wir die Freunde sein nein können wir nicht erst irgendwie Mario aus dem Weg räumen oder so oder Peach können wir nicht komm um die Freunde sein ich hab so schnell z gedrückt da ist doch Mario schon oh guck mal jetzt geschafft danke danke für den boost Mario willkommen hey Mario bei dir auszuschieben oh schauff mir den Supersprung ne schaff ich nicht war das aufkommen oh kacke der ist so richtig geil Och man ihr Pitzer had nichts bekommen er ist irgend ein Froschkapand ohhohohfalsch den wollte ich nicht drücken ohhohoho ohoh Bananen in der Kurve ich bin der kippe noch zu grad den wischen ja warum wird abgesetzt was ist im moment direkt durch mario ich du kannst euch vorfahren mario und pci könnt euch vorfahren danke dass ich noch ein bisschen ärgern nicht in einer gleichen linie fort danke dieser nutzer das aus klar das habe ich immer als ausgenutzt egal wo ja aber in dem moment wo ich einsetzte fässer an mir vorbei ist danke beach hast du mir so eine banane vorne links da kannst du selbst reinfahren blöde alte troller du mama mia ist dann selbst in eine banane eingefahren das war doch ein puller die troller hat ein puller genau ihr alten lutschpuppen hier alten lutschpuppen haben wir nicht so gemein ehrlich was denn ja leider wir können freunde werden centus mario bitte bitte verpiss dich doch einfach ja weiter ist klar kommen wir können freunde werden mario danke dankeschön ich habe einen super jump diese scheiß ding na findest du wo peach peach wollen wir nicht irgendwie noch freunde werden oder so peach bitte belast mich doch einfach mit dir befreundet sein nein 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 dritter immerhin geiler warte mal war peach vierter in der letzten runde oder dritter ich weiß das gerade gar nicht gerade auch nicht ich glaube mario und peach haben sich auf jeden fall mit uns einen platz geteilt mhm naja wer ist denn achter da war gerade keine achter auf dem bild joshii häh okay pie peach die reihenfolge bleibt jetzt so oh würde ich gar nicht behaupten das kann jetzt so schwierig werden ich meine jetzt gerade du affe woher die stand ja schon und willkommen auf der endcard von mario kart 64 wenn ihr links auf dem logic kommt ihr zu centos rechts kommt auf meinen kanal und in der mitte auf dem kleinen bildschirm kommt ihr zum ersten video von mario kart 64 lasst eine bewertung da vergisst nicht zu liken oder zu abonnieren wenn das gefallen hat bis dahin bis zur nächsten folge und tschüss